Stefan Winters, Sie sind Digitalvorstand bei Hubert Borda Media. Sie verdienen gutes Geld mit Tierfutterportalen, mit Reiseportalen, mit Partnerportalen. Ich frage mich, sind Sie eigentlich wirklich noch ein Medienhaus? Absolut. Sie müssen sehen, wir haben über 300 Zeitschriften, die wir heute produzieren. In Deutschland viele bekannte große Marken wie Focus, wie Bunte, wie InStyle und weitere 70 Titel. Aber wir haben das Glück gehabt, dass Hubert Borda, Herr Dr. Kallen, unser CEO, seit 1999 sehr stark intensiv investiert haben in digitale Angebote und daraus heute ein Geschäftsbereich erwachsen ist, der über 1,3 Milliarden Umsatz letztes Jahr gemacht hat. Geben Sie uns eine Prognose, was passiert in diesem digitalen Jahr 2014? Für das Jahr 2014 ist sicherlich der Haupttrend weiter die Explosion der mobilen Nutzung, mobil Smartphone-Nutzung. Die Menschen kaufen heute Smartphones, sie kaufen keine Telefone mehr, sie sind intensivst im Netz. Und dafür entsprechende Angebote zu schaffen, dafür entsprechende Vermarktung zu schaffen, dass man es gut lesen kann, das ist sicherlich der Haupttrend für 2014. Herr Winders, was ist Ihr Eindruck? Geben eigentlich die Amerikaner noch immer weltweit den Takt an? Bestimmt das Silicon Valley, was in der digitalen Welt passiert? Ist das noch so? Ich denke, dass es sich bei den infrastrukturellen Leistungen, die wir heute haben, dazu zähle ich Microsoft, dazu zähle ich Google, auf jeden Fall, dass so ist, dass Silicon Valley und die amerikanischen Unternehmen hier führen sind. Das gilt sicherlich auch im E-Commerce-Bereich für Amazon, die viele Trends setzen und das sehr erfolgreich machen. Wenn Sie dann in die einzelnen Vertikalbereiche reinschauen, die wir in Europa haben, dann gibt es in jedem Land eigentlich sehr starke europäische Player, die den Markt bestimmen. Im Reisemarkt bestimmt HolidayCheck das Rennen, nicht TripAdvisor der amerikanische Wettbewerber. Und so gibt es viele Beispiele in der gesamten Digitalkette, wo wir eigentlich sehr, sehr stark sind und auch gute Unternehmen in Deutschland haben und in Europa haben. Wo stehen wir eigentlich in Deutschland in dieser digitalen Welt? Ich glaube, dass wir in Deutschland in den letzten Jahren gut vorangekommen sind, größere Einheiten zu bauen. Aber man muss natürlich fairerweise sagen, dass hier Player wie Google eine solche Marktmacht aufgebaut haben, dass sie für mich zum infrastrukturellen Bereich hören. Und Infrastruktur muss natürlich auch entsprechend reguliert werden. Ich erwarte mit Spannung das Urteil jetzt der EU-Kommission zum Thema Marktmacht von Google, was im April bis April entsprechend getroffen werden soll, um wirklich zu sehen, ob Google die Marktmacht hier ausgenutzt hat oder nicht. Und diese Regulierung ist auch wichtig, um Wettbewerb in Deutschland, in Europa entstehen zu lassen und nicht nur einen amerikanischen Konzern zu haben, der in vielen Bereichen dann sehr erfolgreich die Märkte auch kaputt macht. Herr Wieners, vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gottlieb. Vielen Dank.